Ich frage mich, wenn ich gestern beim Vogel habe, kein Mensch kocht im Frühsommer eine Ente. Und dann fangen die Anden, bei einer gewissen Größe, fangen sie dann zu suchen und die Löwenzahnspitzen, die ersten, alles was du sprießt. Und das macht das Fleisch so besonders. Und dann hat er gesagt, die Rasse ist die Sherry Valley Ente. Und eine besondere Anden ist aber auch richtig eine besondere Anden. Einfach, ehrlich und vor allem heimisch gesund und von da. Und von den besten Produzenten. Mit so einer Hochwürdigkeit, was Dora Masilvanić mit seiner Jagd macht, das ist Weltklasse.